Hey ho, hier ist Ronja und wir spielen heute nochmal Skylands und zwar mit Disney-Charakteren. Ich bin Minnie Mouse, Flo ist Mickey Mouse, Julian ist Donald Duck und Topps ist Goofy, glaube ich. Okay. Topps ist Wolf. Ich bin scharf. Wir spielen wieder mit den normalen Sachen, die Thanos-Modus-Dinge sind also nicht vorhanden. Ich muss wissen, Topps ist mit einer Katze dran. Nee, Topps hat eine Katze gegessen, deswegen. Meinst du, du würdest dich gut mit meinen Katzen vertragen? Oh, ich hab ein Holzschwer, easy. So, bist du auch so klein wie die Katze? Nö, die würden ihn einfach auffressen. Hey, die sind verspielt, nicht aggressiv, Flo. Topps aber aggressiv. Ronja ist ja aggressiv von denen. Ich bin nicht aggressiv. Doch, Ronja ist aggressiv. Nein, ich bin nicht aggressiv. Ronja ist die Anführerin. Ui, gala. Die Katzen müssen einem Beispiel folgen, ne? Irgendwie verlaufe ich mich die ganze Zeit in dieser blöden Festung. Wer auch immer die gebaut hat. Who's, who's schummelt. Ich find's verwirrend. Das war nicht schummelt, der hat die Flimmer gewandelt. Ja, aber der hätt sie umbauen können. Der hätt sie umbauen können. Ach, Gunja. Damit sie... Hätte, hätte... Hättest du noch eine Forderung stellen? Topps ist gerne eine Kette. Okay. So, ich hab schon viel gelootert. Wie sieht's da? Ich hab 20 Rubinen. 20? Ja, 21. Ja, ich hab 20 Dias. Alles klar. Julian ist ein Schummler. Wo krieg man eigentlich die Diamanten? Okay, kurze Zwischenfrage. Enderperle ist Bant, oder? Enderperle ist Bant. Auf der Map. Ich crash die Map, wenn ich die Enderperle werfen würde. Ich glaub auf der Map nicht. Ich weiß es nicht. Wollen wir einfach trotzdem sagen, es ist gebannt? Oder riskieren wir es? Ich hab's doch gemacht. Okay, ja. Auf der Map darf man's. Okay, gut. Ich hab nämlich drei. Oh, oh. Wer ist im Boot? Oder Schiff? Ich nicht. Oh, warte doch, ich. Ah ja. Also, heute drin ja gelogen. Ich, ich... Irgendwie... Ich hab's erst nicht als Schiff. Identifiziert. Oh, hast du dich gerade auch geändert. Ja. Ich bin am Dach rum. Kommen wir da rum? Also, ich finde mit Zmaraglen... ... relativ wenig nützliches... Komm ich da holen? Hey, ich bin das noch davor. Ja! Warte mal, Ronja. Ronja, ich kann nicht, 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 ich kann nicht wiederbeleben, Ronja. Alte Deutsch, Ronja. Äh... Nicht getobst. Es ist tot. Nice, vielen Dank. Oder so. Hey, Topsy. Zum Glück bin ich so viel Holz. Der ist für dich. Oh, hi. Nein, bist du meine restlichen Enderperlen, Flor? Ich kann sie nicht benutzen. Gib mir einen Ruby. Du bist so ein Pendler. Ich hab leider keine Rubys, gar keine. Ich war Randomizer. Okay, euch. Oh nein, danke. Nice. Das brauche ich nicht. Das war ein Randomizer Tobias. Jönet hat mich nach oben teleportiert, er ist, er ist, er ist Golf. Randomizer. Ich hab Topsy ganz hoch auf dem Schiff, wie du portierst. Ich bin übel, 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 ich bin übel. Nice. Glaubst du, ist es da oben auf dem Schiff? Oh, er kommt auf die Luft durch. Ah! Schönen Ausblick. Oh! Hä? Florida Wolf? Oh Leute, ich war Wolf, ich wusste gar nicht. Brauch. Nice. Einfach brauch. Ich hab Ronja wiederbelebt. Nice. Ich dachte, der Stops hat mich wiederbelebt, weil er ja auch gesagt hat, wie der macht. Aber... Ich hatte 50 Gold. Sehr nett, Flo. Danke schön. Ich dachte, ich bin ein Schaf. Gut. 1A-Team, ey. Flo, das war das Problem. Flo, du hast wieder gedacht. Das darfst du nicht. Ja. Ja. Aber jetzt bin ich ein Schaf. Ich bin auch ein Schaf. Ja, ich auch. Pupps ist ein Schaf. Ja, ich auch. Pupps ist ein Schaf. Ja, ich auch. Pupps ist ein Schaf. Ja. Wow. Aber es ist oft so, ne? Wer es halt so sagt, der... Ey, das ist ja wirklich so. Das ist... Da gibt's eine Studie. Oh, gibt's da eine Studie? Mhm. Klingt logisch. Flo ist nochmal safe. Flo ist safe. Ist das safe nochmal? Meinst du? Nein, ist es Tobias. Aber Tobias, würdest du, wenn du das sagst, nicht von dir ablenken? Ja. Ja. Topsink ab. Ey, lohnt sich eigentlich jetzt der Lebensretter? Äh, ich glaube nein. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Du kriegst irgendwie nur vier Herzen, wenn du einfach ein halbes Herz bist. Ich dachte, der portet dich weg. War da nicht was? Warte, portet es weg? Ich glaube, der soll dich weg porten. Oh. Oh mein Gott. Ich glaub, das war sehr laut. Für meine Ohren. Ich mein, es war weniger laut, als dein Headset-Mikrofon. Aber es war dennoch sehr laut. Oh, ich hab Unsichtbarkeitsdrang. Oh nein. Okay, wenn irgendjemand von euch stirbt. Ich hab 63. Stirbt. Ich hab 63 Gold. Das heißt, ich kann euch wiederbeleben. Alright. Sie können uns wiederbekleben. Hahaha. Hahaha. Tops. Holiday Choke hast du wieder mal gegeben. Alter, Holiday Choke. Legit alle Witze, die Tops macht, sind auf dem Level. Es ist nicht mehr feierlich. Das ist eigentlich schlimm. Er hört nicht auf. Er macht immer weiter. Don't stop. Believen. Ne. Upsala. Ich sollte mir überlegen, dass ich vielleicht meine Q-Taste irgendwo anders hin tue. Oh nein, ich bin gefallen. War das nicht gut. Die Q-Taste. Ja, weil... Die Q-Taste war das hin. Okay, jetzt hab ich über ein Stack. Was kann ich mir denn schickes kaufen? Hm. 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 Ich mein, ich will keinen Weapons erst raushauen. Ich find nix. Weil was ist, wenn jemand stirbt? Hier ist Julian bei mir. Ey, der Wolf-Tester ist aktiv. Julian, komm mal hoch. Dann können wir testen. Ja. Wo bist du? Ey, sind wir hier aktiv? Ich hab alle Schwerte, was wir haben können. Okay. Jobs, geh mal rein hier. Jobs, komm her. Ja, warte, warte. Jobs, komm her. Ja, warte, warte. Jobs. Ja, ja, ja. Komm jetzt her. Ja. Geh rein da. Jürn! Oh, die Schade. Oh, warte. Bei mir ist ne Wolke. Ich kann's nicht sehen. Jürn, du musst gucken, ob's leuchtet. Du musst auch da. Jürn. Jürn hat nicht geguckt, Jürn. Jürn hat nicht geguckt, Jürn. Jürn! Nein! Wer ist es denn? Es ist Jürn. Es ist Jürn. Es ist safe Jürn. Es ist safe Jürn. Ich bin ich. Ich geh testen. Warte, ich kaufe mir erst mal ne neue Dinge. Du hast eben deine Chance. Oder haust du ihn jetzt? Ich bring ihn jetzt um. Ich wollte dich rote schlagen. Ich verdächtige ihn. Alles klar. Ich verdächtige ihn. Warte, 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 lass andere Richtung laufen. Die kommen doch nochmal hier lang. Okay, ja. Kommt wieder, er kommt wieder, er geht jetzt so. Ich bin nicht nach wie in Ruhe. Ja. Ich sag tops ist es. Ich laufe ihm nach. Okay, ja, ja. Topps, ich glaube, es ist ein gutes Motiv für dich. Und du bist wahrscheinlich Wolf, oder? Nein, 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 nein. Pass auf, Ronja. Ist da, ist da, ist da. Also wenn Flo jetzt von der einen Seite kommt, kann ich von der anderen Seite. Hä? Flo ist der Wolf! Flo, ich hab... Oh, Rolf! Hä? Hä? Ja! Warum? Probierst du mich auch am Rhein? Nein! Kann sein, dass du legit einfach immer Wolf... Okay. Jedes Mal. Oh, ich bin Rondolf. Topster Wolf. Ich bin groß, immer noch. Warum bist du groß? Ich kann auch nichts machen. Nice, Julian. Ist schön. Ich muss sagen, das ist dein Leben, Julian. Wie gefällt es dir so groß zu sein? Ähm. Hast du Spaß? Also... Ich hab Spaß! Ich geb Gas! Ich hab Spaß! Hier in der Hände ist halt riesen viel Quaff. Hier in der Hände. So humpel-dumpel. Diesmal krieg ich gute Items, sag ich. Wee! Items! 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 Sparen alles! Ich bin guter! Items! Items! Sagt man das so bei euch in Österreich, ja? Dann sagt man auch Items. Komm! Das ist natürlich schade, Julian. Da muss ich dich wohl töten. Irgendwie du dich legit immer in den gleichen Kisten. Irgendwie man läuft so einen ähnlichen Weg jedes Mal und dann hat man immer so eine Kiste und dann läuft er vorbei. Ich hab das wirklich. Komm her, komm her. Mach das. Oh, ich hab ein Schwert. Du bist so ein fliegendes unsichtbares Riesenschwert. Was ist das für ein Dreck? Ich hab ein Schwert. Du bist so ein fliegendes unsichtbares Riesenschwert. Was ist das für ein Dreck? Warte, was sind die? Was sind die? Er ist schon richtig witzig aus, Julian. Leute, ich hab Red bekommen. Red. Was hast du bekommen? Ich hab Rot bekommen. Red? Ich geh auf dich. Oh, okay. Ich geh ganz los. Ich schieße jetzt eine Enderprol. Ja. Wo soll ich raus? Das ist schön. Eine Enderprol. Da war Julian hier schon. Hi, Run. Hi, worum du bist. Ist die Hitbox dann auch so groß oder ist die klein? Einmal kann ich hier rüber schaffen. Nein, sie ist vieles dafür. Die ist genauso groß wie Flo. Haha. Ich hab's geschafft. Aufs Schiff drauf. 1,82,5 Meter. Das ist auch groß. Jürgen, du willst mit absichtlich in den Tester gehen, oder? Könntest du sein, dass du der Wolf bist? Das ist schon verdächtig. Guck mal, du bist direkt beim Tester. Geh doch mal rein, Jürgen. Ah! Huch! Warte. Wer hat grad explodiert? Warte, wer war das? Warte, Flo. Flo, Flo, Flo. Warte, ich schieß der Flo. Ich bin's nicht. Doch, Flo, ist das wieder. Nein! Nein! Jürgen, ist es Jürgen? Ist es Jürgen? Ist es Jürgen? Ist es Jürgen? Nicht gehen, nicht gehen. Voll nicht. Easy. Guter Teammate bist du Jürgen. Okay. Ey! Jürgen, kreif mich an. Jürgen, hör auf! Ey, schlag mich! Hör auf! Hör auf! Wieso Sternen eigentlich? Ich hab Anfang der Runde gefühlt immer schon alle. Warum? Flo, hast du Tops gekillt? Warte, warum? Äh, süß! Mann, ja. Ja, ach nee! Warum? Hast du alle gekillt, oder wie? Ich hab Flo gekillt. Ist denn zwei Leute gestorben? Ich hab nachgedacht, nachdem ich... Ja. Was? Ich bin verwirrt. Wieso sind zwei Leute tot? Wieder überlebt dich los. Äh, Flo. Hoffentlich Flo. Nicht los. Jetzt seid ihr solche Mörder. Das find ich nicht gut. Also, ich find's schon... Ich hab 45 Gold. Ich hab grad 45 Gold in einer Chess gekriegt. Toll. Wo bist du Jürgen? Wollen wir in eins gegen eins starten? Ja. Ja. Das find ich gut. Ich bin im Gang. Ich brauch nur noch... Moment. Wenig Geld. Jetzt die Crew ist. Das ist schön. Willst du mir fünf davon geben? Dann kann ich mir ne Growlis kaufen. Wär doch was, oder? Ja, nein. Ist ja schöner. Was bist denn du? Ein halbes Herz hab ich gehört. Hm? Jetzt sehen wir die Crew nicht gestorben. Mit die Herzen. Julia, wo... Zeig dich doch mal. Oh nein, warte. Jetzt hab ich ne Heavy Duty. Und... Ich kaufe mir noch schnell ne Weapon Case. Damit's auch fails. Wenn ich Tops wieder belebe, dann kill ich ihn instant. Ich find's gut, dass Julian den Sinn des Spiels erkannt hat. Also dann Tops killt. Rette mich bitte. Tops, ich bin Wolf. Ich werd dich nicht retten. Ich will... Verließen. Tops, dann verliere ich. Ich will gewinnen. Außer, du versprichst, dass du Julian tötest. Ich helfe Julian töten. Okay. Ich sammel Gold, okay? Ich rette dich, Tops. Gutes Argument. Julian? Ich... Oh, nice. Ich hab grad viel Gold gefunden. Das ist ein guter... Ich brauch Gold. Ich brauch auch Gold. Ich rette dich. Aber was, wenn ich Flo wiederbelebe? Flo, hilfst du mir, Julian zu töten, wenn ich dich wiederbelebe? Oh, oh. Nice. Ich hab kein randomizer Kopf. Ja, das geht irgendwie manchmal nicht. Das ist verrückt. Äh... So. Ich brauche noch 12 Gold. 12 Gold sollten... Okay, nice. Jetzt brauch ich nur noch 6 Gold. Nice. Okay. Ich hab ne Idee. Äh, wo ist es? Wo ist es? Warte! Warte! Man kann als Wolf gar keinen Lebensretter kaufen, oder? Wo bist du? Ich kann... Ich kann dich nicht wiederbeleben. Ich kann keinen Lebensretter kaufen. Ah! Ich hab'n dir Schwert. Nein! Wo bist'n du? Äh, Mine. Kannst du... Im Dungeon hier. Aber ich... Oh, oh. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. 10 Minuten. Trank des Lebens... There you go. Ah! Da bin ich! Nice! Entschuldigen Julian, hab' ich gehört. Entschuldigen Julian, hab' ich gehört. Entschuldigen Julian, hab' ich gehört. Entschuldigen Julian, hab' ich mich gekillt. Das finde ich schon frech. Julian, wo bist du? Ich bin hier. Jops schickt mir einen traurigen Smiley. Oh. Ich schenk mir jetzt selber was. Das ist auch schön. Julian, wo bist du? Julian, wollen wir uns beim Brunnen treffen? Wäre das nicht schön, wenn wir uns beim Brunnen treffen würden? Nein, er ist von... Jops, ich hab' versucht, dich wiederzubeleben. Ich hab' doch keinen Einfluss drauf. Warum? Hat Julian nicht wiedergekillt? Nein! Nein! Ich hab' dich nicht gekillt. Du hast ihn nicht gekillt? Ja, hast ihn nicht gekillt? Julian, komm noch mal bitte. Oh, Eisblade. Wo bist du denn? Ist ja schön, wenn du die ganze Zeit Sachen siehst. Ich würde dich gerne töten. Können wir das einrechnen? Ich bin am Spawren. Am Spawren. Das ist gut. Ich bin auch am Spawren. Du bist nicht am Spawren. Du bist ein Lügner. Du bist ein Lügner. Nein, bist du nicht? Ich bin am Spawren. Ich bin runtergefallen. Ah! Wo bist du? Hier. Komm her. Komm her. Komm her, Julian. Komm her, komm her. Nice! Ey, ey, ey. Komm jetzt auf! Dum, 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 dum. Ich bin VW Golf. Brumm, brumm. Das ist schön. Ah! Ey, du hast mir meine Hose weggenommen! Das war deine Lederhose. Ja! Jürgen hat meine Lederhose. Ich töte dich wohl gern. Wenn... 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 Wenn der... Dingsumstar... Ähm, ähm, äh... Mann, ich... Ich weiß nicht. Ich will Flo töten. Weißt du? Einfach dafür, dass er mich letzte Runde einfach gerandom-killed hat. Tops ist mir auch letztens wieder gerandom-killed. Ja. Ich hatte eine einfache Wolf-Runde, kann ich nur sagen. Also... Nein! Ich komm nicht hoch. Übrigens gibt's hier eine richtig kritische Stelle, wo man einfach runterfallen kann. nicht schön ich finde ständig enderperlen die sollte staatlich untersagt werden diese stelle ich würde auch sagen einfach jürgen töten ich habe drei herzen das gibt es überhaupt nicht doch wirklich wenn du springst und nicht machst machst du kürtel ich bin hinter ihm und ich bin nicht mehr hinter ihm hier kommen das da oben ich hab topz ein slime pad weg gemacht good one wird es dir mal runtergefallen ich enderperle mich einfach hoch habe ich wollte nicht ein michelin pad als stopp nein doch wenn du hast du hast du noch ein paar marke für mich sterbe ich mich rüber in der perle ich denke nicht so bist du in der menschen das ist gut das ist schön das freut mich hoffentlich nicht so ich habe florian florian ich bin gar nicht so dass du karl mit zweitnamen heißt dann denke ich das macht ein witz aber du hast ja wirklich so und ja und er heißt mit zweitnamen ich habe kein zeitnahm ich habe kein zeitnahm meine händerperle hat nicht funktioniert ich habe die händerperle so fliegen gesehen ich war an einem ort wo ich sonst nicht rausgekommen wäre ja naja gut dann war es das für diese folge wenn es euch gefallen hat dann hast du einen daumen hoch ganz super neue folge wollte ich mir sagen oder was da höre sie jetzt am besten das geht bis zum nächsten Mal